Das Aus von Christian Streich als Cheftrainer des SC Freiburg am Ende der Saison 23-24. Einer der am längsten dienende Trainer im deutschen Profifußball hört auf. Und es ist nicht nur einer der am längsten dienende Trainer, es ist mit Sicherheit auch der prägendste Trainer für seinen Verein in den letzten 15, vielleicht 20 Jahren. Wir hatten in Deutschland in dieser Zeit das Glück, einige wirklich prägende Trainer zu haben. Ob es Hitzfeld oder Pep beim FC Bayern sind, Klopp bei Mainz oder beim Borussia Dortmund, Schmidt bei Heidenheim, Thomas Schaft bei Werder Bremen. Es gab viele, viele Trainer, die lange da waren, die lange ihren Verein beeinflusst und gelenkt haben. Und dennoch ist mein Bauchgefühl, dass Christian Streich derjenige ist, der am wichtigsten für seinen Verein war. Denn Christian Streichs Wirken ging für mich oder geht noch immer weit über den Fußballplatz hinaus, tief in den Verein hinein. Es gab eine Überschrift zum Abschied von Christian Streich, die ungefähr so lautete, das Gewissen der Liga tritt ab. Jetzt finde ich das vielleicht etwas hochgegriffen, aber ich glaube, wir alle, die Christian Streich in den letzten Jahren verfolgt haben, wissen ziemlich genau, was damit gemeint ist. Denn Christian Streich war sich niemals zu scheu, um irgendein oder niemals zu fein oder niemals scheu, irgendein Thema anzusprechen, egal wie unangenehm es ist. Sei es in der Corona-Pandemie gewesen, sei es die Entwicklung des modernen Fußballs oder seien es auch kritisch gegenüber sich selbst und seiner Herangehensweise taktischer Natur an Spiele. Christian Streich war sich niemals scheu oder zu fein, kritische Worte zu finden. Ja, wie fängt man jetzt Christian Streichs Schaffen beim SC Freiburg ordentlich ein? Vollkommen klar ist natürlich, das geht nicht in einer Reaktion, die irgendwie 10, 11, 8 Minuten lang ist, wie lang auch immer. Denn Christian Streich ist beim SC Freiburg seit 1995 aktiv. Muss man sich überlegen. Ich bin viel älter als unsere allermeisten Zuschauer. 1995 war ich 5, 6 Jahre alt. Begann als Trainer in der Freiburg-Jugend, wurde dann Freiburg-U19-Trainer. Machte das von 1996 bis 2011. 230 Spiele, 1,86 Punkte im Schnitt. Diverse Pokalsiege in diversen Juniorenbereichen. Die Zeit als Jugendtrainer beim SC Freiburg war für Christian Streich definitiv erfolgreich. Dann wurde er Co-Trainer unter Robin Dutt, war Co-Trainer unter Markus Sorg und übernahm dann in einer ziemlich aussichtslosen Situation im Abstiegskampf am 29.12.2011 das Ruder als Cheftrainer beim SC Freiburg. Und was machte der Mann natürlich? Er rettete den SC in dieser Saison sofort und führte ihn in der Saison 12-13. Und seid mir nicht böse, wenn ich hier immer wieder nach unten gucke. Ich muss auf meine Notizen schauen, damit ich hier keinen Scheiß erzähle. Und führte den SC Freiburg nach einer Situation, wie gesagt, wo er im Abstiegskampf übernimmt, in seiner ersten vollen Saison auf Platz 5. Und Christian Streichs Karriere beim SC Freiburg, die ersten drei Saisons sind eigentlich ein ganz gutes Abbild dafür. Denn er führt sie direkt nach Europa, hat mit der Doppelbelastung große, große Probleme. Er hat immer wieder in Interviews betont, wie schwer die Doppelbelastung für kleinere Vereine wie den SC Freiburg, damals am Beispiel des 1. FC Kölns auch, sei. Hat mehrfach gesagt, das muss man sich vorstellen. Wir spielen auch nicht mittwochs oder dienstags, wir spielen nicht Champions League, wir spielen donnerstags. Wir haben einen Kader von vielleicht 23 Spielern, die eng dran sind, am Kern der ersten Mannschaft, die die Qualität haben, da zu spielen. Und da muss man sich vorstellen, man spielt am Donnerstag, 16 Spieler kommen zum Einsatz. Man ist am Freitagabend zurück und am Sonntag wartet ein erfrischter, hungriger Gegner auf einen. Man hatte kaum Zeit in der Vorbereitung. Und Christian Streich landete in seiner ersten Saison Doppelbelastung auf Platz 14. Große Probleme beim SC und in der darauffolgenden Saison stieg er ab, als 17. Und spätestens in dieser Saison des Abstiegs, das war die Saison 14, 15, wurde zum ersten Mal sehr, sehr deutlich, dass die Beziehung Streich und SC Freiburg eine Beziehung ist, die nicht mit den von anderen Bundesliga-Trainern vergleichbar ist. Denn Christian Streich stieg ab, sagen wir, klanglos, Platz 17 und es gab wenig bis gar keine Kritik an seiner Person. Alle waren sich einig, der Mann an der Seitenlinie ist nicht das Problem bei diesem Abstieg. Das waren die Fans. Doch auf Seiten des SC Freiburg muss man eben sagen, dass die Vereinsführung mindestens, was heißt mindestens, dass die Vereinsführung mit dafür verantwortlich ist, dass Christian Streich eine so tolle Karriere hinlegen konnte. Denn in dieser Abstiegssituation vertraute man ihm und sagte, das ist der Mann, mit dem wir weiter in die Zukunft gehen wollen. Und er zahlte es sofort zurück mit 72 Punkten und dem sofortigen Wiederaufstieg. Und wenn man beim SC Freiburg auf die führenden Persönlichkeiten schaut, und das kann man vom Trainerstab bis ins Management tun, im Trainerstab sind viele der Co-Trainer länger da, als Christian Streich es selbst ist. Patrick Bauer kam 2009 als Co-Trainer des SC Freiburg und blieb es dann, als Christian Streich übernahm. Aber eben allen voran auch Clemens Hartenbach, der in verschiedensten Funktionen beim SC Freiburg arbeitete, seit 2013 auch im Management tätig ist, über den Christian Streich häufig gesagt hat, dass er einer seiner engsten Vertrauten ist und dass die gute Zusammenarbeit mit ihm es ihm eigentlich nur möglich macht, so zu arbeiten, wie er das tut. Und ja, wie arbeitet Christian Streich? Es ist ein Trainer, der für seine Mannschaft immer ein offenes Ohr hat. Um den Trainer Christian Streich kennenzulernen, gibt es lustigerweise ein Interview, das nicht lange ist, aber bei dem ich das Gefühl habe, dass es einen sehr, sehr guten Eindruck vermittelt. Und dieses Interview wurde geführt von Toni Kroos. Toni Kroos interviewt Christian Streich, findet man auch immer online, ist leider bei der Zeitung mit den vier Buchstaben, aber es ist sehr, sehr aufschlussreich über die Art und Weise, wie Christian Streich Fußball denkt. Als er gefragt wurde, wie er, denn Christian Streich hatte, Zeit seiner Karriere, sowohl als Jugendtrainer als auch dann als Cheftrainer, eine unglaubliche Durchlässigkeit von Jugendspielern, von jungen Spielern hoch in die erste Mannschaft des SC Freiburg. Das ist auch ganz klar eine der absoluten Kernphilosophien beim SCF. Und von Toni Kroos darauf angesprochen, warum er so gut darin war, Spieler heranzuführen, sagt er folgendes. Dahinter stecken drei Gründe. Als ich vor 23 Jahren als Jugendtrainer hierher gekommen bin, war Volker Finke Profitrainer. Er hat damals Raumdeckung spielen lassen, obwohl es noch nicht en vogue war. Ich wollte die Jugendlichen für sein Spiel ausbilden, damit sie es zu den Profis schaffen. Zweitens habe ich selbst früher gespielt, aber ich war sehr langsam. Also musste ich spielerische Lösungen suchen, um trotzdem an den Ball zu kommen. Dann kommt noch ein dritter Punkt, in dem er sagt, dass er von Xavi und Iniesta bei Barcelona sehr beeinflusst war und versucht hat, diesen Rundumblick und dieses Spielverständnis in seine jungen Spieler zu implementieren. Aber was man hier eben hört, ist eine direkt sehr, sehr spannende Sache. Christian Streich nimmt seinen eigenen Erfahrungsschatz und baut darauf aus für junge Spieler, damit sie einen Schritt weiter kommen, als er das tat. Und auch diese Herangehensweise zu sagen, ich als Trainer der zweiten Mannschaft, der U-Mannschaft, mache das, was nötig ist, um die Spieler für die erste Mannschaft auszubilden, weil das das Wichtigste ist für diesen Verein. In dieser Antwort schwingt jetzt nicht mit, dass er das nicht gut fand oder dass es für ihn der falsche Ansatz war. Ganz im Gegenteil. Aber selbst wenn er es gewesen wäre, bin ich der Meinung, dass Christian Streich bereit gewesen wäre, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich mache das, was nötig ist für meine Mannschaft und für meine Jungs. Er ist ein Diener des SC Freiburgs gewesen. Und wenn man ganz ehrlich ist, finde ich, jeder, der seine Abschiedsrede auf Twitter gesehen hat, der kommt wahrscheinlich auch zu dem Schluss, dass sich dieser Abschied ein wenig erliest wie ein letzter großer Dienst am SC Freiburg. Er sagt, dass es Zeit ist für neue Energien, dass er sich nicht mehr sicher war, wie weit er die Jungs noch erreichen kann und dass er findet, dass für den Erfolg des SC Freiburgs eben eine Änderung her muss. Und wenn Christian Streich das sagt, dann muss man ihm das glauben, denn er hat seine gesamte Karriere da nur darauf geachtet, was das Beste ist für seinen Verein. Der Fußballtrainer Christian Streich war auch spannend, denn er hat klare Ideen gehabt in seiner Karriere, die er größtenteils weiter verfolgt hat. Und das war die Idee, dass der SC Freiburg keine Mannschaft werden sollte, die wie die halbe Mannschaft sich im Gegenpressing, wer den Ball hat, ist der Dumme, versucht, sondern der SC Freiburg versuchte eine gewisse Spielkultur zu implementieren, wollte den Ball gerne haben. Das ist in den letzten Jahren vielleicht ein klein wenig gekippt, was er aber auch häufig erklärt hat. Er hat, ich gebe euch einfach das Zitat, wiederum aus dem Toni-Kroos-Interview. Die Tendenz geht verstärkt auf Organisation gegen den Ball und weniger auf das Fußballspielen, da hast du recht. Das liegt auch an der finanziellen Entwicklung im Fußball. Wir verlieren in der Bundesliga immer weiter Spieler mit hoher individueller Qualität, weil sie dorthin gehen, wo sie mehr Geld verdienen können oder weil sie eine andere Liga als attraktiver empfinden. Dadurch geht uns als Verein fußballerische Qualität verloren. Worum es ihm darum geht, das hat Christian Streich in seiner Karriere auch immer wieder gesagt, ist eben die Entwicklung, dass das Geld den Fußball regiert und dass er als Trainer darauf reagieren muss und dass er phasenweise seine Mannschaft und seinen Fußball darauf anpassen musste. Gerade in den letzten Saisons hat man das gemerkt, der durchschnittliche Ballbesitz des SC Freiburg ging immer weiter zurück. Aber dennoch war sein Anspruch immer mit dem Ball zu arbeiten. Auch dazu hat er ein sehr, sehr gutes Zitat, das ich jetzt leider gerade nicht vorliegen habe. Aber insgesamt möchte ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall Christian Streich interviewt von Troni Kroos empfehlen. Wie es für Christian Streich weitergeht, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Was wir wissen ist, er geht jetzt auf eine Abschiedstournee in der Bundesliga, wie wir sie, glaube ich, noch nicht so häufig erlebt haben. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Christian Streich in fremden Stadien eine gewisse Liebe entgegenschlagen wird, die man so selten gesehen hat in der Vergangenheit. Und das liegt natürlich auch daran, dass der SC Freiburg erstmal ein Verein ist, der mit den wenigsten Vereinen auch fantechnisch im Clinch liegt. Es gibt wenig Vereine, die große Probleme haben mit dem SCF. Ich glaube aber eben auch, dass Fußballfans in ganz Deutschland ein Verständnis dafür haben, dass eine Personalie wie Christian Streich der Bundesliga und dem deutschen Fußball gut tut, unabhängig davon, welche Farben er vertritt. Und ja, Christian Streichs Abschied von der Bundesliga ist für den deutschen Fußball ein schlechter Tag. Wir wünschen ihm alles, alles Gute. Ich bin sehr gespannt, wie es für ihn weitergeht. Ich bin mir sicher, dass Christian Streich in seiner Zeit beim SC Freiburg Anfragen von größeren Vereinen wie den FC Bayern hatte. Wenn nicht, wäre es auch ein Fehler des FC Bayern. Er ist dort geblieben, wo er sich wohlfühlte. Und das war in Freiburg. Und ja, genießt die letzten Monate mit Christian Streich. Mal gucken, ob und in welcher Funktion wir ihn in Zukunft sehen. Und noch ein Satz. Ja, am Ende ist es RB Leipzig gewesen, die die Krönung dieser großartigen Karriere im Pokalfinale verwerten. Und das werde ich euch niemals vergessen. Christian Streich, wir freuen uns auf deine letzten Wochen in der Bundesliga. Wie ist eure Meinung zum Abschied von Christian Prank? Christian Prank, wie er in England genannt wird, aus der Liga. Das war's für heute. Macht's gut. Das war's für heute. Das war's für heute.